Liebe Hörerinnen und Hörer vom Radio Hotel, ich bin Sarah Mohr, Hausfrau und Mutter von Steffisburg. Wie habt ihr es so mit der Ehrlichkeit? Sagt ihr, geht die Wahrheit? Oder gehöret ihr zu dieser Sorte, die denkt, man müsste zwar, geht die Wahrheit, sagen, aber die Wahrheit müsste ja nicht immer gesagt sein? Wo fängt die Lügen an? Wo hört die Lügen auf? Von letztem hat mich eine Tochter auf dem Spaziergang in ein Gespräch verwickelt, das ich so schnell nicht vergesse. Mit seinem wunderschön zwitschenden und blühigen Frühlingswald hat sie gesagt, «Mute, weisst du was? Ich habe herausgefunden, dass ich lügen kann, ohne dass es jemand merkt. Hoppla, jetzt muss ich gerade gut zuhören. Ja, erzähl, wie hast du das herausgefunden?» Sie haben in der Pause ihren Freunden etwas erzählt und sie haben das einfach geglaubt. Dabei stimme ich das überhaupt gar nicht. Wie sich denn das anfühlt, seinen Freunden so anzulügen, wollte ich wissen. Noch lustig, hat sie gesagt. Sie haben wirklich gar nichts gemerkt. So, so. Interessant. Jetzt war es ein Moment still zwischen uns beiden. Die Vögel haben geliedet, was ging. Dann hat sie weitergefahren. Aber weil sie ihre Freunde seien, haben sie ihnen es dann schon gesagt und versprochen, auch in Zukunft immer zu sagen, wenn sie etwas Unwahres erzählten. Es seien ja schliesslich ihre Freunde und die will sie nicht bescheissen. Sie erklärt frisch vor Leber weg. Lügen darf man nicht. Das sei verboten. Eine Notlüge. Das hingegen geht. Das sei so, wie wenn man Vollgas auf einem Baum zufräse und im letzten Moment noch darum herum ausweichen kann. Das sei eine Notlüge. Verhindere ich also Schlimmeres und sei darum nicht so schlimm. Ich habe gelacht über diese Erklärung. Ja, ja, und ein Baum herum sei auf jeden Fall besser als Volgarach oder ei. Aber wenn beim Drumherummanöver jemand anders verletzt werde, sei es dann doch auch nicht die beste Lösung. Das gilt ja auch für Notlüge. Wenn jemand anders zu Schaden kommt, sei es dann nie gut. Ja, klar, das weiss ich. Weisst du, Mutti, mir hat es einfach mal Wunder genommen, ob ich lügen kann. Und jetzt weiss ich es. Ich kann es. Und dann auch gut. Ich als Mutter würde das Thema lieber wechseln. Gerade so ganz behagt mir das nicht. Aber es nimmt mich schon Wunder, was sie dann erzählt hat, das gar nicht stimmt. Verraten sie sich. Willst du es wirklich wissen? Ja, sonst würde ich nicht fragen. Es sei dann schon ein bisschen lustig. Das macht nichts. Das nehme ich wirklich Wunder. Ja, sie haben erzählt, sie haben im Wald zwei Eichhörnchen gesehen, die sich paaren. Und ihre Freunde haben das wirklich geglaubt. Herrlich. Zwei Eichhörnchen. Diese Lüge, die gefällt mir. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, was habt ihr schon für Unwahrheiten verbreitet? Ich würde sagen, solange man sich in einem Eichhörnchen bereich aufhalten, wird nicht so viel Geschirr verschlagen. Und einmal um einen Baum herum statt voll Karacho hinein geht da. Aber sonst schläft man auf jeden Fall am besten mit dem reinen Gewissen. Da sind sich meine Tochter und ich also eine. Eichsi.